Hi Leute, kurzes Infovideo. Patch 1.8 ist draußen. Gibt's nichts zu sagen, Jungs. Wenn ihr das Video seht, ladt es euch schnell runter. Ihr braucht den Origins Mod Launcher. Wenn ihr es noch nicht gedownloadet habt, geht auf die Facebook-Seite, holt es euch und kommt auf Zombie World. Wir sehen uns gleich. Haut rein.